Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny von mir. Ich bin Currywurst und in diesem Video machen wir mal PvP und zwar spiele ich mit meinem Bruder zusammen. PvP wurde ja von einigen von euch erwünscht. Ich rasiere hier mal mit Universalgerät, Novabombe und Pistole. Mal schauen, was der Kollege hier hat. Ach ja, stell dich erst mal vor, Levin. Bogen, Eisensäge und Pistole. Okay, ähm, ich muss erst mal hier einstellen, was nicht mehr von der Map. Ach nee, erst mal einfach, äh, Witwenhof. Hexenkessel? Ja, ne? Okay. So, warte, Witwenhof. Äh, was ist das? Ne, scheiße, ich hab das auf Englisch. Ah, hier. Okay. Okay. Boah, da kann ich ja mit meiner Shotgun. Ach, fuck, nee, da ändere ich lieber. Da spiele ich nicht mit Schrotflinte. Ja, ich spiele aber lieber mit Eisensäge. Das ist vielleicht besser. Auf jeden Fall schon so. So. Bist du bereit für dein Ende? Kriegt man überhaupt, äh, exotische, äh, 3 der Münzen? Bringt das was, ein privates Match? Schon nicht. Ich hab mal aktiviert, mal gucken. Das ist natürlich ne große Map jetzt, ne? Hast du ne Map? Ne relativ große. Für zwei Spieler. Egal, passt schon. Na dann. Ich fähl hier irgendwie doch den ersten Sprung. Dreck. Achso, ist ja, ah, okay. Ich vergesse es immer, dass es Hexenkessel ist. Hä? Lol, hatte ich noch nicht meine Nova-Rumme? Hä? Okay, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken im Video. Ich dachte, hä? Okay. Egal. Was? Was ist das? Was geht denn? Oh, okay. Oh, ich hab da. Eh, jung ja. Äh, ey. Äh. Jetzt wird es natürlich spannend, wer jetzt stirbt, hat der Arschkater. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber ich habe die Nova-Bombe anders eingestellt, aber ich habe sie jetzt umgestellt, in der nächste Runde kann ich es machen. Okay, das ist natürlich, du liegst vorne, also es ist auf jeden Fall fair. Ja, die sind mies, kann ich gleich mal noch ein bisschen mehr werfen, ja. Ja. Uh, das war... Ja, nachladen. Ach du Scheiße, die kommt ja übelst behindert. Oh, Alter, was? Oh, nice, Mann. Geil. Oh, nee. Ach. Oh, jetzt die schwere Muni ist noch da. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten. Komm schon, nimm dich weg. Nein. Ach, deine Pistole. Oh, nee. Ey, ich muss sagen, am Anfang, als wir so angefangen haben auf PS4 zu spielen, da habe ich dich noch locker gefickt, da muss ich mich nicht mal anstrengen, aber jetzt, ey. Ach, du hast ja jetzt Schwere, ne. Oh, nee, Mann. Oh, nee, Mann. Hehehe. Ja. Ey, das ist arschknapp, ey. Wahrscheinlich, weil du erster Platz warst und ich halt noch Punkte für den ersten Platz Kill bekommen hab. Ey, nee. Du gewinnst ja nicht. Hehehe. Nova-Bumpen-Kill. Was? Hehehe. Da war noch dieser Vortex, da bist du dann gestorben. Hehehe. Hehehe. So knapper geht's echt nicht. Oh, jetzt habe ich mich fast selber gekillt. Nein. Scheiße. Oh, Mann. Fuck, jetzt hast du, oh nee, das ist scheiße, jetzt hast du schwer. Das ist unfair. Hehehe. 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 Ähm. Ah. Gut, dass du's gesagt hast. Hehehe. Hehehe. Ne, komm, ne, ich nenn sie mal nicht. Das ist erstens unfair. Oh, nee. Sie schießt da im Pfeil, ich glaub. Sagt. Hehehe. Mann. Die Spritzgranaten sind behindert. Oh, da hinten. Na warte ab, Alter. Was? Nein. Ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, rauch, 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 rauch. Ja, ich hab die Führung. Hehehe. Und ich hab noch Schwere von dir bekommen irgendwie, warum auch immer. Hattest du noch Schwere? Nein. Ist jetzt nicht der Ernst. Alter, fick dich. Scheiße, Mann. Oh, Mann. Ja, Mann. Alter. Gucken wir uns mal die Kati an. Alter, fuck, ey. So knapp das Ding. Hehehe. 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 Ah, nee. Krass. Okay, gut. Ich würde sagen, wir belassen es erst mal bei einem Match, oder? Ja, oder nein? Ob wir es erst mal bei einem Match belassen? Ja, auf jeden Fall. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann werden wir sowas auf jeden Fall öfter machen. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Und, ähm, sehen wir uns im nächsten Video. Lebe ihnen dein Schlusswort. Okay, Leute. Macht's gut. Ciao.